moin moin herzlich willkommen zur sechsten ausgabe vom fifa 14 pack opening und ja am anfang die man schnell team der woche so richtig 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 geile spieler natürlich ibra hier der beste spieler auf dem platz und müller natürlich auch der kennt ja jeder studrich terry richtig geil wenn wir eine schwarze karte ziehen werde ich herzlich nicht halten und ja ich habe ja noch nie einen inform gezogen und ich habe mir wie ihr seht 100 bei 1050 fifa points geholt und schauen ob wir heute was reißen voran merken jetzt habe ich den ingames sound auch noch aktiviert ich habe mir die meine meine video mucke habe ich mir in den hintergrund gestellt auch noch absolut mps 3 gespielt und ja so als würde auch den ingames und jetzt jetzt gibt es ein angebot bringt mich das würde mir auch aber am ende es kostet 350 wir haben wir dann noch also 700 haben wir vier von denen und eins von denen erfangen nein nicht mit münzen fangen wir auch gleich mal an ich schaue natürlich nicht hin ich werde das jetzt durchziehen ich schaue auf dem boden jetzt irgendwann mal eine schwarze karte bisher so schön aber ich bin mir sicher dass sowas kommt und das erste ist noch nicht gut ist es nicht gut aber das erste kann auch von der modifikation abhängt jawoll eine gute modifikation macht mir schwarz also das ist ganz okay das pack jetzt wenn der für wir beginnen der 70er stürmer mal gucken preisvergleich hier das interessiert mich jetzt so praktisch jeder den back warte mal ja 500 fixe dafür schon gut zwei ja ich bin auf die transferliste das überträge des vereins das war in den vereins in den fahrern alles nicht weit gut erstes pack ganz okay bin ich ganz zufrieden mit und ja jetzt das zweite auch bitte ich will immer eine schwarze karte haben einmal eine schwarze karte ich auf den boden bitte einmal eine schwarze karte wäre sogar bitte wieder eine modifikation ich hoffe das reißt es raus mal nee das bringt nicht viel das ist mir so ein weg für den arsch ne man ist so voll der käse hier alles in den fahrer ein so jetzt ja man wieviel denn wir wollten noch so vier von den premium gold setz holen und ähm ja vier von premium gold setz und so deswegen machen wir jetzt moment ja um uns ein hunderter komm wenn da jetzt ein schwarzer spieler drin das ist ja schon der vom spieler wäre es ja nicht unmöglich aber auch in der 5000er packen ja auch in der kabin benzemar mal gezogen wer ist drin und das ist nicht so schlimm brauche ich alle nicht alle hinzufügen ja hallo gut hat ein bisschen lang gedauert nicht ein bisschen das gemacht ist die aufnahme so wir haben ja noch drei packs nicht mehr das sind so ein xxl pack und zwei normale also zwei premium das ist aber drauf kommen jetzt aber kommt bitte 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 ich will diesen schwarzen spieler ich will diese informkarte ich will oder wenigstens 85er plus wer ist denn wer ist denn sandro und 1000 münzen und zweimal heilung sandro oder so geht es ein bisschen typ keine ahnung naja oder nicht so dass peck glück aber ich bin auch dafür bekannt besser spieler dass sich ein pack ob in den gezogen auf ballo telly in der welche folge worden ist der vierten glaube ich das ist jetzt die sechste folge so verein hinzufügen schnell verkaufen so letztes premium pack für heute messi drauf hoffentlich ein richtig starker spieler dreht hoffentlich wer ist denn ich mache jetzt die augen auf chansche sache sache cool er ist der ist richtig gute spieler der gefällt mir aus persönlich sehr gut sache das ist die beste karte die wir gezogen haben heute ja heute die beste karte schlau darauf morale bin interessiert in den verein damit und jetzt kommen wir zu dem pack jetzt kommen wir zu dem promo pack nix als spiele ideal um eine ultimative mannschaft aufzubauen zwölf spieler mindestens zehn gold drei zwölf spieler wenn es zwei silber spieler drin sind dann drehe ich mich übelst auf ich sag mal ja nur zehn gold sind aber wir drauf haben wir mal drauf haben mama wenn wir mal drauf haben auf den weg gehen dann nicht ja heute im kate auf war da ist er drauf und da gehen die 350 fifa pol 2 und ich schaue nicht hin ich schaue nicht hin ich hoffe einfach bitte nicht irgendeine geile karte schlägt ist schon die sprache ich schaue jetzt ganz langsam öffentlich ist meine augen ganz langsam so leute das war es ne das sind nicht gute spieler der beste 79er wieso es war alle gold rare spieler aber nicht das wahre hier ist gelbe vom ei na man das riecht mich jetzt ein bisschen auf 350 fifa pols ist umgerechnet 350 gefilte dieses pack auf aber es ist ein döner ist es ein döner ein ganzes döner habe ich mir dieses pack auf gegeben die kann aber naja ich hoffe heute hat diese dieses video gefallen ja lasst mal einen grünen daumen da das wird mir sehr 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 freuen und jo ich würde sagen bis zum nächsten mal bis zum next pack opening oder bis klar ist im nächsten rott und wort oder vielleicht bis zum nächsten g3 video man weiß nicht was hochkommt das ist nämlich sehr vor produziert diese folge ich habe erst drei pack openings oben und ich sollte ein bisschen meine pack openings sucht drosseln sagt man so weil ja das war schon süchtig sein ehrlich ihr kennt das wahrscheinlich wer selbst mit packs geöffnet habt und ja das war's und ich sage mal wieder servus macht's gut und ciao